Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier vor dem Kanal, Leute. Ja, Leute, heute spielen wir dann eine Runde Fortnite, eine neue XXL-Folge. Mit dabei ist auch jemand von Chase und ich gehe jetzt mal zu dem Sprachchat. Ja, moin moin. Was geht, was geht, was geht? Weißt du nicht? Ja. Ja, was geht, was geht? Alles, was weinert. Passt, da machen wir bereit. Geilo. So, Leute, dann sehen wir uns gleich, wenn wir in der Runde sind. Ja, Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall drin. Ich habe hier noch eine Krone von gestern. Die habe ich mit einem anderen Freund geholt. Und hier, wie ihr schon sehen könnt, ich habe aktuell acht Kronensiegel. Also ich weiß gar nicht, wann das Video, wo ich hier gerade aufnehme, kommt, aber egal. Und ja, ich bin Level fast 80. Ja, okay, jetzt will ich ja erst mal in der Runde Level 80 und dann, jup. Und lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo, da würde mich freuen. Und Chase auch, gell? Ja, okay, dann warten wir jetzt erst mal, bis es losgeht. Bis gleich. So, Leute, wir sind jetzt hier auf jeden Fall drin. Wir landen natürlich brutal. Sonst gibt es hier keinen anderen guten Ort. Sonst ist alles Schmutz. So, ich hole wieder den Sieg, wie immer. Ich mache 30 Kills. Wie immer. So läuft doch der Hasse hier. So. Ups, Markierung wollte ich wegmachen. So, und jetzt hier erst mal richtig Kronerstätze. Let's go. So, und hier noch so eine geile Kurve. Oh, nee, da landet noch einer an meiner Base. Der Typ da, oder? Ey, wehe, der landet da jetzt. Ja, okay, der landet da. Mann. Warum? Das ist mein Laden. Das wirst du bereuen. Oh, oh. Okay, ich glaube, ich schwitze. Ich bin so tot. Ich bin so tot. Taxi. Oh mein Gott. Nein, bitte, bitte. Ey, das ist ein Iconic Skin. Das ist ein Iconic Skin. Jo. Gegen das Spiel. Wir spielen hier. Achtung, der ist da oben. Jo. Das ist einfach ein Iconic Skin. Ja. Siehst du jetzt wo? Dann probieren wir mal meinen Neustart zu holen. Achtung, der ist angeschossen. Diesen blöden Iconic Skin. Kannst du den, oder? Kannst du mich ganz schnell rebooten, ne? Weil dann kann ich den klappen und meine Brune zurückholen. Bis vor der abgehauen ist. Oder da ist halt auch gefühlt gar keine Metz. Hm, schwierig. Ah ja. Oh. Du bist so tot. Du bist so tot. Ja, das war's mal wieder. Komm gleich. Aufnahmen verkackt. Nein, Spaß. Wir ziehen trotzdem durch. Achtung, wir sind safe jetzt gelasert. Ey, nein, du bist abgebrochen. Nein. Bitte nicht abbrechen. Jo. Du ziehst durch. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Ja, meine Brune ist eigentlich schon fast safe. Ja, haha. Ja, dann komm mal. Dann können wir den kurz auseinander nehmen. Deine Mitte. Komm mal, Mitte. Junge. Ey, ich bin... Eine Sekunde bin ich unten und ich bin direkt... Junge. 46 HP. Da ist er. Ey, ich brauche mir jetzt mal wieder. Komm, hol uns voll zu. Ja, meine Brune. Meine Brune, ja. Du bist so geil. Und holst mir noch hoch. Ey, ich... Also, nee, Digi. Ich sag nichts dazu. Ein Horenboot. Ja, okay, Leute. Das war es mal wieder komplett. Aufnahme verkackt, aber... Ich zieh trotzdem durch. Ja. Okay, dann sind wir uns gleich wieder in der nächsten Runde. So, Leute. Wir sind jetzt hier in der nächsten Runde. Wir probieren jetzt mal, hier ein bisschen mehr abzustauben. Und nicht direkt am Anfang drauf zu gehen. Aber, ja, Digga. Der ist halt an meinem Ort, also an meiner Stelle sozusagen gelandet. Und da habe ich dann keine Chance eigentlich mehr. Oh, oh, Leute. Ja, wir landen noch mal brutal. Versuche, das ist immer noch wert. Nix, nix. Nix, nix. Öh, man war eben gerade der Battle Bus von unten? Na, ähm, das ist Silber. Tschüss. Einfach ein Mythos. schwarz noch was ist da wohl drin also nicht falsch denken aber schwarz ist noch schwierig warum mir schon wieder das wlan zeichen angezeigt ich habe alles hier ich habe einen wlan für stärker sogar hier es kann nicht sein dass es jetzt sogar noch umlegt wenn ich sogar den wälder bestecke hier ab endlich ist weg ja geil ich habe eine wütte und ja probieren wir da zu kläppen kapie ich lerne weg ok also dann runter wenn ich drauf gehe scheiße auch glaubt jetzt ist hier wieder keine roffe außer eine blöde mk ja wir wollen erst mal markiert ein geile 31 ich habe ein blödes mk 7 ja bei die kommt zu dir kommt einer jaja der ist hier der ist ja ich nie mich an ich bin gleich halt schon wie ich habe ihn von oben verlieben ich habe markiert die ganze zeit markiert ich mache irgendjemand mit dingen ich gebe dir mal ein schön fisch oder pausch und figgi ich bin schon hier und hier soll man in port es ist gut selber dass ich hier ist er ja der ist nicht gut ist nicht gut habe ihn da kommt er kommt er hat die ganze leute an jama was wenn die arme ich will mich wieder holen spiel kampfen legen wer oh mein gott ok ja warte ich brauche noch einmal hier ja ok komm ich hole dich ich ziehe direkt durch warte einmal noch kurz hier hoch schießen ob da irgendwo noch was ist aber ansonsten passt doch hier alles wer weiß alles frei geil so was war das was soll das war der schuss von oben ich habe gedacht man hinter mir war auf einmal kann feuer wo ist mein lud noch der ist irgendwo dahinter muss man gucken hier ist auch nur medkit wo du mitnehmen kann ich habe schon drei ich habe einen schildfisch wo ich den markiert habe also der ist in warte ich zeige dir so eine med nebel zwei stück weil ich kann ich fühle dich mal zum schildfisch kommt einmal hier bitte dann hier einmal abseilen ne warte ich komme ich hole dir hoch die größten euer hopp hier einfach legen der spray schon so jetzt ist mir auf jeden fall geholfen ich denke ich habe keine waffen keine waffen da war ich da nicht ein bisschen viel kann man glaub echt nett sagen keine waffen hier ist noch ein ding das nehme ich aber minis kannst du mitnehmen ja dann nehme ich biggies mit oder nee du nimmst biggies mit ich minis ich ziehe mir gleich ein biggie rein ja okay weil dann also ich nehme jetzt an heal minis und medkits mit ich nehme mal kurz mitte ein da 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 leute den tanz habe ich mir heute für 500 bbox auf schnelle bälle geholt morgen ist auf jeden fall samstag und da muss ich mir wieder ordentlich aufladen also ich bin eh so rein ich kann mir das sowieso auch leisten wenn ihr schon mal ein bisschen älteres youtube-video abgecheckt habt ja leute was geht ich will melde mich jetzt nochmal hier im nachhinein ich wollte sagen zu den ganzen karten wo ich habe da habe ich ein video gemacht wie ich mir vorteilkarten holt und da habe ich mir ich glaube so einen stapel eingeblendet oder schaut einfach mal auf tik tok vorbei da seht ihr auch das ganze wie ich das zusammenzähle und so und das ist alles im wert von 570 euro wenn ihr mir das glaubt dann schaut auf meinem tik tok vorbei ok gaming 12 oder halt auf meinem youtube-video das seht ihr jetzt oben eingeblendet in der infobox ja guckt auf jeden vorbei und dann weiter mit dem video tschau tschau da habt ihr gesehen dass ich reich bin gell das waren ja nur 600 505 570 euro hier ganz genau trommel in episch für dich ne die bräuchte ich habe die in episch nur die die wache sauge pege hier wo ich gerade habe die pump mk ne komm ich gönn dir oder ich nehme doch einen mk ey können wir tauschen du kriegst meine grünen ich krieg deine blaue ich hab die gleiche hä die gleiche hm ok und ich kann nicht halt damit so gut lasern das wäre halt ein vorteil für uns aber wenn du denkst ok du brauchst das dann brauchst du das habe ich nicht mehr sicher also du nimmst beackees mit gell da habe ich dir hier mal noch eine markiert ja da kommt ein gegner den nudel ich kurz schmiedel so wo da war irgendwo warte ich geh mal kurz nach dem suchen da kommst du mit ich komm mit was hast du an heil dabei 3b aha hier war hat einer oh wir sind doch zu ohne nochmal zurück egal dann fangen wir da vorne bei fake brutal paar einmal weiter jumpen dann gehen wir hier her so so gehen wir jetzt noch ich bin gegner nein natürlich nicht ich habe erst drei kills das ist ja nichts die leute wo mich kennen die würden jetzt auch sagen das ist ja gar nichts oh mein gott oh mein gott guck mal gönn ich dir für was denn diga oh guck mal so hier ist noch ein legendarer sturmgewehr hast du noch einen schüssel ne 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 ey na ey warte aber nicht klauen nicht klauen äh tut mir leid ach so du hast du ich hab dich jetzt gar nicht getroffen aber mich mal hier so aufmache ja leute also ich weiß nicht ob ich das rauskarten muss das war ein bisschen feinlich ja warte mal ich mach mich hier cool noch schnell auch wenn ich liegen noch zwei bg's kann so noch nochmal drei bg's mitnehmen dass du sechs bg's insgesamt hast ja ja macht es da liegen zwei hier was brauchen wir sechs bg's keine ahnung aber dann ist immer ein bisschen mehr heil mit mein ich weiß ja nie bei mir bei dir war ich meine echte rechten ja dann lass mal so ne gegner kommt was gegner wo ich hab grad gegner gehört habe ich das gerade nicht verstanden dann kommen wir bitte hierher ich kann denn das helfen ich bin zu weit entfernt ja ich kann zu dir kommen du musst dann zu mir jumpen sorry wenn du jetzt halt ja hab ihn hab ihn hä ja du musst zu mir kommen ich kann halt nicht zu dir warte ich bin grad beim gegner ja mach das ja bitte guck dass du da drauf wirst ja ich wo ich bin ich habe ja sniper ja ich konnte äh geht ne na sicher da der ich ja dann ich das tut Ja, okay. Den muss ich jetzt leider allein lassen. Ja, komm da, lass mal hier runter. Wieso? Und lass mal das einfach reinnehmen aus Langeweile. Jetzt machen wir den Creepy. Leute, lasst ein Like da und ein Abo, falls ihr mehr von den geilen XXL-Folgen Fortnite haben wollt. Auf meinem Kanal. Ah, lass uns mal einnehmen. Äh, warte mal, bleibt da mal. Nimm mal weiter ein. Ja. So kann ihr mal rebootet und das bedeutet killabstauben. Aber da ist so weit weg. Ja, egal, lass ich mal weiter einnehmen. Komm, wir haben immer viel Zeit hier, komm. Äh. Ach, das war mal so. Das war wohl eigentlich echt. Hä, wo ich nehme? Ich nehme, die mit? Die mit? Guck dir diesen exaftigen Ludern. Im wassten Sinne des Wortes. Ja, dann lass mal hier ganz schnell los, ne? Oh, ich brauche hier einmal Hilfe. Oh, ja. Oh, killabstauber. Hä, ich treffe nichts. Wo ist man aimen? Hä? Junge, von wo? Die mehr? Ne, hä? Was tut es? Hä? 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 Hier, der stand auch langgefüllten Busch. Den hab ich geklärt, gell? Ja, ich hab den ganzen richtig wahrgenommen. Ich hab da, lass mal ganz schnell weiter, ne? Zeit wird auch sehr eng. Oh, ne, wieder Wespen weg. Wespen. Geh hier in Wasser. Sind sie weg. Ja, sind wieder weg, oder? Hä? Hä? Nein, man bekommt trotz Wasserschaden, ne? Das kann doch kein sein. Ihr fragt mich auch gerade. Haben sie das geändert, Leute? Ich rechne es mal in die Kommentare. Warte, warte. Ja, ich fahr eh nur ein paar Meter. Ich fahrne viel. Okay, jetzt kann ich kurz auf dich warten. Lass mal hier ab sein. Oh mein Gott, ich wär grad fast hier runtergefallen. Tschüss. Ey, da gibt's ja diesen Tresor, äh? Ja. Oh. Ich hör auch grad fast runtergefallen. Achtung, äh, selbst. Das sind jetzt neben der Tresor, ne? Die sind über mir. Aber es liegt, bitte ist nie. Äh, Gegenstand, machen wir drei Mad Kids? Nee. Hä? Wie funktioniert das? Ich hab keine Ahnung. Komm, ich hab dir Deckung. Mach irgendwas. Ich hab keine Ahnung, wie der aufgeht. Ich bin so lost. Du musst deine epische Waffe reingeben. Epische. Ja. Hä, bekommt man die denn wieder? Oh. Ich rüsste mal Gold. Ui. Mk-episch, nehm ich. Boah. Soll ich Hapof nehmen oder diese Ding? Oh, Hapofen-episch und echt sehr stark. Ich nehm' lieber das Mk-7, guck mal, als das goldene, äh, Dinggewehr. Ja, das hab ich aber. Ja, warte, lass mir zu bauen, lass mir raus, lass dir abkämmen oder so. Boah, geil. Oh, guck mal, der Hals ist nicht welche. Warte mal, komm, lass mal hier kurz einmal abchecken. Achtung, hier hoch. Aber Achtung, pass auf, weil die sind hier. Achtung. 3, 2, 1. Da sagen sie sich ab und... Hä? Also, jetzt ist er weg. Warte. Oh, ganz nah. Oh. Achtung, pass auf. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Achtung, Achtung, hier. Oh, schüttlich, achten, die Lasern. Die Lasern, geil. Achtung, pass auf. Achtung, weg. Oh mein Gott, nein, die haben ein bisschen Waffe. Pass auf, warte, sie kommen, sie kommen. Er checkt sich, dass ich hinter ihm stehe. Da. Tod, einer, Tod. Oh nein, das ist ein, das ist ein, Gott. Oh mein Gott. Oh, Leute. Ich komm. Ich komm. Ja, Abi, Abi. Er ist ein Fallschaden drauf. Er ist ein Fallschaden drauf. Ja, weil ich... Ja, geil. Geil, geil, geil. Ach, da haben wir ihn angeschossen. Halt mich. Ach, ging. Der kommt, der kommt. Von oben, von oben. Bau. Ich kann nicht bau'n. Oh nein. Ich bin markiert. Oh, ich glaub, die sind gut. Komm, hier hoch, komm hoch, hier hoch. Ich hab Nachricht bekommen. Nein. Einer tot, einer tot. Hier, da, bei mir, bei mir grad. Bei mir. Ja, Leute, Leute, Leute. Oh Gott. Oh, ja, geil. Ich hab mich da. Ja, warte, ich... Ich brauch hier noch mal. Ja, wo, wo? Ich mach hier, Ort, ich... Komm, ich... Ich gönne mir so'n Saft und nimm dafür, keine Ahnung, Matt, gibt's oder irgendwas mit. Hier. Ja, mach ich. Der ist grad an der Grenze von der Zone. Oh, nee, Digi. Oh nein, jetzt sind wir noch welche. Die sind Steps. Zwei. Da, hier. Warte, wie war das in Steps? Die andere Richtung, andere Richtung. Da? Ja. Da geht durch die Zone grad hin. Digi. Ah, ich geh hier hoch. So, da? Links, links. Links, da? Da, wo ich blockiert hab. Da ist aber nichts, oder? Aber, nee, aber ich hier ist noch zu viel näher. Da ist halt... Nee, es ist nimmert so ne, komm. Oh, das ist aber arg weit. Ist so'n Gegner? Keine Ahnung. Ich glaub, das müssen wir mal kurz herausfinden. Ich muss eh hier vorbei. Scheiße. Ah. Der macht's mir echt das Leben schwierig. Oh, jetzt. Oh, jetzt wird's aber hier ganz heiß. Ach, aus dem Glück hab ich noch Medkits mitgenommen. Kein Sprint mehr. Jeeetest. also direkt schatz weil ich 20 19 18 die letzten die letzten also zwei teams noch ein zweier und ein einer team ja ich gehe immer schon mal tun es geht nicht ich will darauf gehen ich kann den dann alles anhand geben und so ich kann nur so verzittert wir lassen auf den turm oder irgendwas nur fünf gegner einmal du ich ein zweier team und ein einer team das letzte team achtung falls sie irgendwo snipen oder so ja und da habe ich direkt eine snipe und das sind irgendwie auf dem werk oder so kennt das sind irgendwo schüsse starke waffen starke waffen haben lief ich kann ich gebe dir einen saft und ich trinke einen saft ja scheiße sie kommen die kann Oh mein Gott, oh mein Gott Der ist bei mir, der ist bei mir Ja! Oh mein Gott, wir sind einfach krass Krass, krass, krass Ey, nein! Du hättest den Eid bei mir finishen müssen, der hätte eine Krone Ja, ist so Ja, komm mal zu der Lobby Weil ich muss in dem Video gewenden Ja, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da Und dann haut rein Bis zum nächsten Mal Ciao, ciao! Ciao, ciao!